Hey Leute und willkommen zu einem kurzen Infovideo. Es geht um die Kanalmitgliedschaft. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo ich euch abstimmen habe lassen, ob ihr das für eine gute Idee empfindet oder nicht. Heute erzähle ich jetzt nochmal, was genau jetzt los ist. Also, die Kanalmitgliedschaft unterstützt mich zum Beispiel bei Kartenopenings, Leute. Das ist der große, große Vorteil. Ihr unterstützt mich zum Beispiel halt bei den Kartenopenings. Und dein Vorteil dadurch ist, dass du die Videos einen Tag früher sehen kannst, als alle anderen, die halt nicht Mitglied sind. Ist jetzt kein Riesenvorteil, es soll nämlich auch niemanden benachteiligen, der sich das nicht leisten kann oder leisten will im Monat. Was, wie, wo genau, zeige ich euch dann gleich nochmal, wie das funktioniert und so weiter und so weiter. Aber ja, der Vorteil war mal das und wie es funktioniert, schauen wir uns gleich mal an. Und das kostet 4,99 Euro im Monat. Ich bekomme davon 70%, das heißt 3,70 Euro im Monat. Ihr könnt das jederzeit kündigen, wenn ihr sagt, boah, ich schaffe es nicht mehr. Ich kann den Rapid jetzt damit nicht mehr unterstützen. Dann kann man es jederzeit kündigen. Wenn du sagst dann in drei Monaten, boah, jetzt kann ich wieder, dann kannst du es jederzeit wieder aktivieren. Ich zeige euch mal ganz kurz hier am Beispiel von Trimax, wie das aussieht, denn ich habe es noch nicht aktiviert zum Zeitpunkt der Videoaufnahme. Ich werde das Ganze erst freischalten, sobald dieses Video hier online ist. Dann kommt auch auf meinem Kanal hier so ein Mitglied werden. Da drückst du drauf und dann kannst du hier Mitglied werden. Das kannst du auf verschiedene Arten bezahlen, wie auch immer du willst. Du bekommst dann bei mir, wie gesagt, die Opening-Videos von RealLife-Karten einen Tag früher und unterstützt damit meinen Kanal an sich schon. Das heißt, wenn du sagst, boah, mir ist das eigentlich egal mit den Openings, die gucke ich nicht so gerne, unterstützt du mich trotzdem sehr mit deinem kleinen Beitrag auf diesem Kanal, denn es ist alles sehr viel Arbeit, diesen YouTube-Kanal zu führen. Meine komplette Freizeit stecke ich hier sehr gerne für die Wehrhasen-Community rein. Hier sind wir auf meinem YouTube-Kanal in der Incognito-Ansicht. Also ich habe mich jetzt hier nicht angemeldet, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Hier ist mein YouTube-Kanal und hier rechts steht Abonnieren. Daneben kommt dann das Mitglied werden. Und wo siehst du dann die Videos, wenn ich sie früher poste? Im Community-Tab. Das geht am Handy und am PC, wie ihr sehen könnt. Und da poste ich dann exklusiv, nur für Mitglieder, eben die Videos einen Tag früher rein. Kann ich euch hier mal zum Beispiel zeigen auf einem Kanal. Ich drücke auf Community und kann hier ja einen Post erstellen. So wie zum Beispiel hier die Post, die ihr unten seht. Und da kann ich auswählen, nur für zahlende Mitglieder, also für Kanalmitglieder. Und dann kommt hier das Video rein. Dann sieht jeder, der hier abonnent, ist das Video eben einen Tag früher. Und wie gesagt, ihr unterstützt mich damit wirklich sehr. Wenn du aber sagst, yo Rabbit, ich würde das so gerne machen, aber ich habe das Geld nicht, dann gibt es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Auf meinem Kanal siehst du zum Beispiel hier am PC, geht aber auch am Handy, einen Button mit Gage. Da kann man mir einfach sowas spenden, wenn man will. Dann gibt es natürlich noch Twitch. Da könnt ihr mir gerne mal auf meinem Twitch-Kanal folgen. Einfach aufs lila Herzchen oben drücken. Wir sind schon über 3000 auf Twitch, danke dafür. Auch auf Twitch kann man mich abonnieren. Nicht nur Forens, sondern auch abonnieren. Kostet auch 4,99 im Monat, gleich wie auf YouTube. Da bekomme ich aber nur 50%. Da bekomme ich nur 2,50 Euro, auf YouTube 3,70 Euro. Das hier kann man aber auch kostenlos machen mit Twitch Prime. Macht das auch sehr gerne, wenn ihr wollt. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Leute, ich habe einen Merch-Shop. Hier seht ihr, ich kriege die Türen nicht zu Shirts, es gibt Paarenliebe-Shirts, es gibt den Wehrhasen, es gibt den Super Saiyajin Blue-Wehrhasen und ganz viel Paarenliebe und vieles, vieles mehr. Könnt ihr euch mal angucken. Der Merch-Shop ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was es noch gibt natürlich, Leute, ihr könnt einfach mal ein Abo dalassen, mich einfach abonnieren auf YouTube, damit unsere Community immer weiter wächst und wir noch größer werden. Das gibt mir nämlich auch Vorteile, so dass wir zum Beispiel Spiele kostenlos bekommen für den Kanal hier, dass ich jetzt nicht extra ein 60-Euro-Spiel kaufen muss, um es dir zu zeigen, sondern dass der Entwickler sagt, yo, Rapid, da hast du das Spiel, zeig das mal deiner Community. Und Leute, wir haben noch einen Zweitkanal, BlackRabbitRPG heißt er. Hier lade ich immer mal wieder Videos mit Diana vor allem hoch. Da spiele ich gerade Demetrios oder South Park spiele ich gerade, AFK Arena und so weiter. Es gibt also vieles hier auch im Zweitkanal. Würde mich auch freuen, wenn wir im Zweitkanal hier mal die 1000 Abonnenten voll kriegen. Warum? Dann kann ich auch hier die Werbung schalten. Heißt, damit unterstützt du mich genauso und das Ganze kostenlos. Apropos Werbung, du kannst mich auch unterstützen, indem du auf meinem YouTube-Kanal die Werbung anguckst. Wenn eine Werbung auf meinem YouTube-Kanal dir angezeigt wird und sie unter 30 Sekunden ist, musst du sie ganz ansehen, um mich zu unterstützen. Ist sie länger als 30 Sekunden, musst du sie mindestens 30 Sekunden ansehen, dann bekomme ich auch die volle Unterstützung. Du musst dir keine 10 Minuten Werbung ansehen, nein, 30 Sekunden davon reichen. Das ist eine kostenlose Unterstützung zu den ganzen anderen Alternativen. Also ja, wie gesagt Leute, nach diesem Video-Upload wird hier dieses Mitglied werden freigeschalten. Ihr könnt bei mir auf meinem YouTube-Kanal draufdrücken, ist jetzt noch nicht da. Und dann werdet ihr Teil der Kanalmitglieder und habt eben den Vorteil, wie gesagt, dass ihr die Opening-Videos einen Tag früher seht, nur von den Real-Life-Karten. Und ihr unterstützt mich dadurch, auch wenn ihr die Openings nicht sehen wollt, bekomme ich ja trotzdem die 3,70 Euro von dir. Großes Danke dafür. Großes Danke aber auch an jeden, der hier abonniert, der hier die Videos liked, kommentiert, der die Werbung anguckt, der sich ein Shirt kauft im Merch-Shop zum Beispiel, der mich auf Twitch kostenlos mit Twitch Prime abonniert. Es gibt unzählige Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Und großes, 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 großes Danke an jeden Wehrhasen da draußen, der das bereits schon macht. Und großes Danke an jeden, der das ab jetzt nun tun wird. Ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das gut zusammengefasst. Ihr könnt jetzt Kanalmitglied werden, wenn ihr auf den Knopf draufdrückt. Das Ganze geht auch am Handy. Es wird euch bei jedem Video angezeigt. Und ich werde es in jede Videobeschreibung auch noch reinhauen. Das heißt, in der Videobeschreibung ist dann mein... Ich zeige es euch einfach mal. Also hier in der Videobeschreibung siehst du meinen Amazon-Link, Twitch, meinen Zweitkanal, Twitter, Merch-Shop, Community-Discord, meinen Instagram und darunter kommt dann auch die Kanalmitgliedschaft. Da kommt ein Link, da drückst du drauf, dann kannst du Kanalmitglied werden. Du kannst auch auf diesen Amazon-Link hier drücken, einfach draufdrücken, kann ich jetzt nicht machen, weil ich eingeloggt bin, einfach auf meinen Amazon-Link drücken und dort etwas kaufen, wenn du bei Amazon sowieso etwas kaufen willst. Da bekomme ich auch ein paar Cent davon, aber es kostet dich nicht mehr, so wie auch unten hier beschrieben. Nutzt gerne meinen Amazon-Link, wenn ihr was auf Amazon kaufen wollt. Leute, ich glaube, das war es jetzt wirklich im Großen und Ganzen. Ich habe euch alles gezeigt. Und großes, großes Danke, wie gesagt, an jeden, der mich unterstützt, egal auf welchen Wege und an alle Kanalmitglieder bald in Zukunft. Ihr seht, wie gesagt, alle Openings früher. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Heute kommen sicher noch viele andere Videos auf meinem Kanal. Also werde gerne Teil der Wehrhasen-Community. Viel Spaß, hau rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.